Es ist Nacht, das Baby schreit und schläft nicht wieder ein. Die Nerven liegen blank bei allen. Da hilft nur noch eins, eine kurze Runde mit dem Auto drehen, einmal um den Block. Und tatsächlich, schon nach wenigen Minuten schlummert und träumt der Säugling tief und fest. Die beiden jugendlichen Forscher Lukas Schluff und Julian Ux, der Schüler AG von Jugend forscht, haben sich genau über dieses Phänomen intensiv Gedanken gemacht. In Anlehnung an den Prototypen MaxMotorDreamsBet der Firma Ford haben sie eine Baby-Bett-Konstruktion entwickelt, die eine Autofahrt imitiert. Die Jungen haben recherchiert, gewerkelt, geschraubt, gedämmt, verworfen, entwickelt, neu gedacht, bis am Ende der Baby-Dream-Automat fertig war. Das Bett bietet eine Autofahrtsimulation mit Lichtern, die an vorbeiziehende Straßenlaternen erinnern. Leise Herzgeräusche, Wärme und zusätzlich leichte Schaukelbewegungen sollen den Säugling an den Mutterleib erinnern und beruhigen. Der Jury hat sehr gut gefallen, dass die beiden Jugendlichen sich mit viel handwerklichem und technischem Geschick eines menschlichen Problems angenommen haben. Wir hoffen, dass der zweite Preis in der Alterskategorie 11 bis 15 Jahre den Forschergeist weiter beflügelt. Herzlichen Glückwunsch an Lukas und Julian. Herzlichen Glückwunsch an Lukas und Julian.